Ja, da kommt bestimmt noch was, wa? Das war noch nie alles. Okay, hier aber erst nicht. Ist hier irgendetwas? So, und wieder auf die Waffe. Hier jetzt auch nicht. Hier jetzt auch nicht. Und dann wollen wir mal. Wechsel das Kleid. Wir gehen es noch nicht umlegen. Einen Kontrollraum in der Nähe. Das kann ja nur der Raum gewesen sein, wa? Ist da bloß der Raum? Nö, ist er nicht. Ähm. So. Lade schneller. Ja. Immer schon auf den Kopf hier. Gibt es eine andere Waffe? Ja. Ja. Nimm mich gerne. Ja, 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 ja. Super. Gib mir mal dein Zeug, das brauchst du ja nicht mehr. Gibt es hier irgendetwas? Gibt es hier irgendetwas? Nö. Öffnen. Ach, jetzt noch eine zweite Tür, okay. Die ist aber unwichtig, die wollen wir nicht. Ähm. Kontrollraum. Das kann ja dann nur der sein, hier, wa? Gibt es hier eine Karte? Ähm, ich komme schon mal runter, wartet mal, ich bin ja gleich da. Okay, hier komme ich nicht mehr durch. Okay, die Schutzweste ist schon mal ganz gut. Kann man immer gebrauchen. Ähm, ach da! Hi! Ähm, wo seid ihr denn noch? Da! So. Und jetzt die 7 hier. Warum ist die leer, aber wie? Ähm, warte mal, ich muss mal kurz aufladen hier. So. Hat extra, hat extra auf mich gewartet. Oh. Das habe ich mir übrig. So. Ich muss mal kurz aufladen. Krass. Super. Boah. Meine Fresse aber auch. Tritt mir im Pferd. Tritt mir im Pferd als echt. Jetzt. Ich bin Jude, wa? Sind Sie gut rausgekommen? Ist Ihnen jemand gefolgt? Nein. Nein? Das heißt nein. Ja? Ja. Ein bekannter von mir. Kann Sportfahrten zu den Schiffs werfen. Ist klar, Horst? Du, nimm nicht zu viele Kisten, sonst merken Sie, dass etwas nicht stimmt. Ja, klar. Sie versorgen die U-Boote des Regimes in Europa mit Torpedos. Verstecken Sie sich in diesem Torpedo hier. Horst schmuggelt ihn ins Hauptlager. Und Sie lachen in einem U-Boot mit dem Haus. Wenn das U-Boot uns gehört, fahren wir damit zu Sets versteckt. Hören Sie Matrosen in die quere Torpedos. Bing, bing, gute Nacht. Na los, Mann! Ich fick das rein und du hältst die Ohren! Okay, Johnny. Und dann mal rein in die Torpedo. Wenn Sie an Bord des U-Boots sind, bringen Sie dieses Ding in den Funkraum und lassen Sie die Antennenbohje steigen. Wir brauchen Funkkontakt. Okay. Hat er genug Sauerstoff da drin? Und eine Taschenhandlung? Was finden die Träume? Es wird dann weit weg. Im Moment fühl mir sich nur das Licht. Super! Karte aktualisiert. Meine Fresse! So! Dann wollen wir mal! So! So! Ja! Okay. Wisdt分享! Das ertraue! Und der Olivier! Aber der bean Mann kann dabei sein! Entwlarert Mag 술, 18 Uhr bzw. 18 Uhr. gut ja eben in die Waffe super eigentlich muss ich abspeichern ich will nicht die Waffe ich kann die Waffe nämlich nicht aufladen so Handgranaten in sein U-Boot ist das nicht schlecht